sehr schön diese machen wir uns auf den weg zur zweiten mission gemeinsam mit patrick sag übrigens mal hallo 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 damit die leute wissen dass du echt bist ich bin real der realer boi ist am start okay jetzt hat er bei mir die waffe getogen das heißt hier kommt gefahr ja keine ahnung was sieht schon schön aus hier nein es ist nur 20 10 80 spielen ja bei dir vielleicht bei mir ist es alles was geht was sind da hinten irgendwelche ausruhe zeichen rechts noch einer vorsicht ja steht man lieber lassen die nix fallen irgendwie nicht traurig braucht doch mehr loot ich denke es sind ein lootshooter ne was ein deckungs shooter auch hier rechts was ist das auch blinden guck doch mal wir können irgendjemand das koppel stehlen der hier einfach stehen gelassen hat was war jetzt drin und auch bekommen ich habe nichts bekommen toll gleich war nichts drin gegner voraus gegner voraus das ist ein reh das kommt direkt auf mich zu ich glaube irgendwie man mein voicing ist trotzdem noch anders ein übersehen weil ab und zu habe ich irgendwie so eine stimme über meinem kopf oder das ist eine stimme sondern so ein bequenzt legen test 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 noch dahinter was wohin unter einer kanade angeflogen von dem da hinten vielleicht ich sehe gar nicht wegen dem scheiß nebel hier fallen gelassen hat er fallen gelassen nix 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 ich will mal eine zweite waffe ja das hättest du dir schon ausrüsten können eine zweite waffe ich habe nur den vorteil reingemacht ja und dann hättest du dir die zweite waffe noch ausrüsten müssen ach so beziehungsweise ich habe irgendwo eine gefunden ich glaube man kann jetzt hier wenn man loot findet den auch direkt einsetzen und muss nicht erst rausgehen ja das war aber schon immer so nur in der dark zone gewesen wo laufen sie denn da oben auf dem truck seine ich muss gleich mal ein paar fähigkeiten benutzen was kann ich denn kann das hier man kann dem jetzt auch irgendwie sagen welchen gegner er angreifen soll aber warum macht er bei mir nix achtest du hast den perk wahrscheinlich auch nicht ausgewählt da habe ich auch nicht ja das ist ein bisschen umständlich und ich weiß nicht warum das so umständlich sein muss okay wir müssen die richtung heißt das jetzt wieder aufnehmen aber ich kann es einfach kaputt machen lang gedrückt hätten wenn du kurz drücken kannst du natürlich auch oder weiß ich nicht ja doch ich darf mit dem spiel nicht aus wenn du kurz drückst kannst du auswählen wo du hin wirst stirb stirb ich treffe halt nicht auf die entfernung was hast du denn jetzt geworfen suche Mine die rollt mir jetzt hinterher ne die rollt mir jetzt hinterher und wenn sie einen Gegner findet rollt sie zu denen ach was die ganze zeit naja die geht schon irgendwann kaputt ne das ist ziemlich cool gegner voraus guck ich mal was sie ist ich suche Mine macht die greift jetzt an wenn ich angreif so mir macht es nix wo sind denn die Gegner ist das ein Gegner oh da ist ein Gegner und hat deine Suchermine was gemacht noch nicht doch jetzt macht es mal was ne musst du der Suchermine erst sagen dass er angreifen muss normal nicht da hinten sind noch Gegner probier's mit denen da im weißen Auto noch ne zweite Waffe ohne Vektor häh? oh Laser Laser ist das hast du den da jetzt gemacht? ne nicht mal deaktivieren ach da muss man jetzt Länge drücken ja sag ich doch ich bin behindert ähm Echo und? juhu ok was geht jetzt? ähm irgend'n Scheiß und? und? nicht noch mehr Scheiß gehst du von alleine weg? ja fängig der Nival ratten rum? oh wer macht das? was ist hier los? ach das sind Freunde von uns ok? na gut jo ich kann grad noch so viel machen oho der salutierte aber ich kann noch ich kann aber auch nichts mehr anderes grad machen ok bist du in ihrem Menü? ne jetzt geht sie wieder Danke Dankespiel hehe haha haha ah toll nein nein ja so welcome to our home Ja, was ist dein Eindruck so bis jetzt? Spielt sich auf jeden Fall gut. Das heißt, im Vergleich zum typischen Eins Setsor, ich denke, dass es bleibt reserviert. Ja, okay. Bleiben sie mitten auf der Treppe stehen, um sich die Cutscene anzuschauen, weißt du? Was ist das für ein Schwachsinn? Okay, direkt die zweite Siedlung? Die müssen wir auch aufbauen, oder was? Oder was passiert hier? Der Abschluss von Haupteinsätzen wird mit EP aber auch freischalten. Wir sollen auf jeden Fall diesen Typ suchen. Freigeschalteten Fertigkeiten. Einen Typ suchen? Ja. Achso, ja, Odessa. Ich glaube nicht, dass es ein Typ ist, oder? Was haben die hier denn für komische Vorrichtung? Spielersuche? Das brauchen wir nicht. Ich glaube es, glaube ich. Ich folge hier einfach dem Karpel. Aber ich bin einfach nur einmal im Kreis gelaufen. Ja, ich glaube, da gibt es einen, ja. Mit Odessa reden. Gucken wir mal, ob ich diesmal Sprache habe. Und? Nein. Hast du Sprache? Nein. Hatte ich vorhin auch nicht. Okay, gut. Oh, die hat kein Bein. Oh, die hat kein Bein. Also, die hat ein Bein. Aber... Ein richtiges. Hat schon einiges miterlebt. Oh, das sah nicht so gut aus. Mhm. Ist bestimmt spannend, was sie so zu erzählen hat. Nein. Kann ich, dass ich mir springe? Nein. Wo ich die ganze Zeit hier über dieses Video labere. So viel Staub einfach in diesen, in diesen Häusern. Karre. Direkt neben der M16. Schön. Die hat vorbereitet. Oh, noch mehr Tutorials. Die Siedlungen brauchen Hilfe. Wie alles. In jedem Game. Bei jeder Verbesserung an der Siedlung werden Nebenanwälteprojekte in der Siedlung verbutbar. Die Verbesserung an der Siedlung ermöglicht es, ein neues Personal für die Arbeit im Weißenhaus anzustellen. Reden Sie mit diesen Mitarbeitern und rekrutieren Sie, um neue Dienste in der Operationsbaus freizustellen. Pff. Who cares? Euer Einsatz. Das war unser Einsatz. Das zählt nicht. Ein Händler? Weißneid. Ich hab' einen gefunden jetzt. Das sieht gut aus da unten. Ich hab' eh kein Geld. Ich guck mal. Ob ich vielleicht was hab. Ich hab' vorhin, ja, vorhin musste ich ein paar Sachen verkaufen, da wären wir jetzt auf dem Weg ja gar nichts. Na ja, hundert hab' ich nur. Geh' ich doch schon mal hier runter. Mal müssen wir hier runter. Mal. 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 Lamm ausmachen. Ich öffne die Tür. Blut! Blut! Ah, auffüllen. Munition. Ah, das kriegt jetzt jeder Muni. Ah, das ist ja schön. Was kann ich denn mit der Drohne machen? Ich glaube, ich habe reparieren... Oh, das ist ein Gegner. Meine scheiß Drohne macht aber auch nichts. Ich mach's jetzt mal wahllos Sachen durch die Gegend. Oh, der brennt. Brennen beide. Der ist sehr schnell wieder aufgestanden. Aber meine Autocam kann ein bisschen was. Die schießt durch die Wäsche durch. Ich glaube, die schießt auch wieder durch die... Die hat durch die Wäsche durchgeschossen oder hast du den gerade gekillt? Ich hab den. Okay. Ich dachte gerade auch noch, der ist verschlossen. Das ist eine Mine. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie macht er nichts. Mit E? Achso, ah, meine Drohne fliegt jetzt der Mine hinterher. Ey, was ist jetzt anmarkiert oder nicht? Ja, ich habe auf E gedrückt und es hat funktioniert. Die sind jetzt beste Freunde. Vielleicht drück ich auch gleich mal auf E, wenn einer in der Nähe ist. Da drüben sind Leute. Ah, jetzt macht er was. Oder? Jetzt fährt sie. Ja, ich muss auch erst E drücken. So, die Drohne geht einfach mit. Ich muss mal in Deckung gehen. Ich werde vielleicht gar nicht schwächen. Oh mein Gott, da sind überall Menschen. Heilt mich die Drohne? Wo ist ich nicht? Da kommt grüne Shit raus. Ich gehe davon aus, das ist Heilung. Ah, ich habe den Reparaturskill nämlich, glaube ich. Und ich glaube, die repariert meine Rüstung. Sehr nice. Weil, ich glaube, die Rüstung repariert sich momentan immer erst, nachdem man aus dem Feuergepecht rauskommt. Das habe ich gestern in so einem Video gesehen. Kann ich da nicht drüber? Achso, mit SRG natürlich. Ich habe vorhin auch irgendwie geschafft, die Schulter zu wechseln. Aber ich weiß nicht mehr genau wie. Ah ja, rechte Maustaste und dann Chippen. Okay, was gibt es hier oben, nachdem wir hier alles geklärt haben? Wie die Leute hier halt leben. Guck dir das mal an. Die können nicht mal aufräumen. Ich will gar nicht wissen, wie lange die das hier schon besetzt haben. Ich kann mir nicht erzählen, dass sie jetzt seit fünf Minuten hier sind. Guck dir das an. Leuten ist alles egal. Geht doch, halt auf. Ein Flügel. Kannst du Klavier spielen? Nein. Ganz ehrlich, ich bin gar kein Instrument. Nein? Nein. Okay. Also ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Aber naja. Und ich habe mal Flöte gelernt. In der Grundschule. Ja, ja, ja. Ja, ja, natürlich. Das ist noch einer, glaube ich. Ja. Hör, bist du einfach krallert? Bist du drüben? Ja. Bin außen rum. Alles blöden. Was, alles blöden denn? Ja, da war irgendwas. Was fallen gelassen? Okay. Hier ist nochmal Munition. Wobei ich bis jetzt noch nicht weiß, ob wir mehr Munition brauchen. Aber da ist auch noch Munition. Da kommt einer auf die Zug von hinten. Oh jo. Da kommt noch einer. Das ist ein Elite. Achso, wollen wir einmal drücken. Brennen. Werten. So geht das. What? Ich bin schon auch fast tot, ey. Waren hier nicht immer noch Gegner? Und da kann ich nichts mehr machen? Boah. Was denn jetzt? Äh, ey. Die bleiben zum Glück stehen. Boah, ich bin schon wieder fast down, ey. Ja, ich bin auch fast down. Warte mal, ich muss hier mal die Brony rausholen. Ja, man. Die repariert mich. Das ist gut. Da war doch eben noch eine. Ich sehe immer noch, der. Da hinten ist eine. Da sind mehrere. Ja, ich sehe schon. Aber ich kann mich immer nur auf einen versetzen. Zack. Kann ich dich jetzt auch reparieren? Sehr gut. Jetzt repariert die Drohne dich. Ist doch geil. Geil, alle. Auf wen schießt denn das Ding? Ah, da, auf den. Komm wieder hoch. So, tot. Bist du, ich wusste doch, ich kann, mir die Drohne kann man gebrauchen. Öffne uns das Türchen. Gleich noch eine Tür. Nein, ich habe eine Schussrate gebraucht. Das geht halt auch schnell. Ich finde, die Waffen sind extrem leise. Oh. Der Typ am MG ist down. Achso. Okay, cool. Und töten, damit der Tag zurückkommt. Ich treffe den halt einfach nicht. Oh oh. Wollt ihr eine Mine da rüber, oder was? Ja. Ich weiß nicht, ob man da rüberkommt. Alter. Was schießt denn? Ich sehe es nicht. Ich fährt nicht, ja. Ich bin aufzug betreten. Ja, ich dachte mir schon, dass wir da nicht rüberkommen. Aufzug hat auch schon bessere Tage gesehen. Die scheiß Suche Mine hätte ja, um mit dem Aufzug fahren können. Boah, der Aufzug erinnert mich an diesen Auftrag von Division. Mit dem wir da ständig gezockt haben. Hörmann. Interagieren. Oh. Das lässt du natürlich wieder die Frau machen. Direkt rausgerannt, was gibt's hier? Wie? Wo sind die Gegner? Das sind Gegner. Irgendein Schockgegner. Das war nicht so gut. Kann ich kuscheln? Ja. Danke. Ich finde halt auch praktisch, dass es einem Saft würde ich nicht mehr gehen. Boom, 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 boom. Oh mein Gott, wo kommt ihr denn her? Jungs, 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 Jungs. Ich bin so gut wie down gerade. Rettung, in letzter Sekunde. Oh. Oh, ne, gefallen. Krass. Komm her. Ich habe noch ein paar schöne Ausrüstung, glaube ich. Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe gar nichts bekommen, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Geht zu Fuß. Schein ist der Aufzug jetzt kaputt. Die Trümmer zerstört. Da ist erst mal ein Gepanzer, der Dude. Der Typ hat eine Granate. Kann ich die auch werfen? Ich glaube, ich habe keine Granate. Ne, ich habe keine Granate mehr. Alles Plünder. Oh, du kannst durch die Wand schießen. Ja, nice. Was heißt Wand? Holzpick. Ah, ich bin verwirrt, glaube ich. Ah. Oh, frischisch. Bei dem Ingame-Star ein bisschen lauter machen. Machst einfach nie die Tür auf, ne? Was? Ich mache sie immer auf. Bei mir nicht. Bei mir immer hinten dran. Okay. Ja, bei mir stehst du dann davor und dann muss ich die Tür aufmachen. Und dann gehst du durch. Ja. Jetzt habe ich gerade nichts gemacht. Aha. Ja, ja, jetzt also. Jetzt habe ich wirklich nichts gemacht. Was ist jetzt los? Überhaupt richtig? Das Dach erreichen, ja. Ich habe mir auch gerade gedacht, hä? Wir sind doch hier. Muss ich das kaputt machen? Nein. Aha. So einfach geht das. Wer bist denn du? Wer bist du? Die redet nicht mal mit uns. Ist das ein anderer Spieler? Einer. Oh, ne. Was? Treff nix auf die Entfernung. Oh, die kommen schon ganz voller Leipzig. Hast du jetzt eigentlich meine Drohne damit zerstört? Ne, die Drohne kommt dann zurück. Wenn ihr Freund stirbt. Drohne geht aber auch gut ab. Das ist noch ein Level-2-Elite? Ja. Ich schieße einfach nur auf den Laser-Straßen. Ach so. Oh. Noch irgendein Tussi, der uns hilft. Alter, meine Drohne. Ganz bedusselt. Eklisch. Autsch, wiederum. So. Ich auch gleich. Kann ich hier runter. Bin ich ein bisschen auf der Schussfeld. Auf dem Schussfeld. Da oben schießt du. Okay. Ich bin so gut wie tot. Hilf mir, hilf mir. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Rüstung. Oh, da ist ein goldener, ne? Oh, shit. Das macht doch gut Schaden. Ja, wir müssen auf jeden Fall die ganze Zeit auf eine Stelle schießen. Und so die Rüstungsteile kaputt machen. Glaube ich. Dachte ich. Autsch, bin schon wieder da. Brauche ich ja auch gleich. Oh, der hat sich rumgedreht. Achso, weil du da bist. Oh, Blut umstehen? Ja, aber ich glaube, da geht... Achso, dann eher aufgeben vielleicht. Ja. Neustart. Okay. Das ist ein fetter Dude. Naja. Das wird ein bisschen anspruchsvoller, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das finde ich gut. Wie halten die das denn nicht an? Macht aber auch nichts. Okay, wir bleiben jetzt erstmal hier hinten vielleicht. Das ist die bessere Taktik. Okay, es sind halt einfach auch überall Gegner, ne? Und wieder hoch. Oh. Da ist eine Granate gelandet. Okay, der Elite-Typ ist da. Und jetzt kommen die anderen noch. Zack, zack. Eine down. Dann ist da noch der andere Granate Dude. Der ist down. Und der andere Granate Dude ist down. Ja, läuft von hier gleich viel besser. Hab ich das Gefühl. Okay, den hast du gerade genommen. Oh, da hinten ist schon der Goldene. Ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall unsere Fähigkeiten draufhauen auch. Ich rübergebe mich erstmal hier hinten. Ich weiß nicht, ob ich die Granate so weit werfe. Ja, kann nicht. So, jetzt bleibt los da stehen. Nein, der ist aus dem Dicke gelaufen. Oh, Granate bei uns? Oh, hat die Hand nicht bekommen. Oh, verwirren. Ich bin verwirrt. Das geht alles in die Rücks rum, glaube ich, ne? Ich hab's auch noch nicht so kapiert, was wir gerade machen müssen. Vielleicht müssen wir auch hinten auf den Rucksack schießen. Ja. Ich glaube, das hat ihn gerade nochmal. Ja, müssen wir auch. Oh, jetzt kommt er langsam hier hoch. Aber der Rucksack, das ist gut ekor gewesen. Okay, ich fahre ab. Okay, wieder in Deckung. Okay, er ist down. Nice. Noch ein paar kleinere Gegner. Da kann ich nicht durchschießen. Ja, also von hier aus klingt es gleich wesentlich einfacher. Okay, einer noch, oder? Warte, ne, da ist noch einer. Jo, jetzt raus aus der Deckung. Die Musik kann auch langsam wieder aufhören. Okay, das ging aber schnell eigentlich. Und recht viel Loot. Ja. Fällt mir. Fällt mir. Okay, gut, das eine ist dabei Munition, das andere sind irgendwelche Loots. Ach, wer ist in der Teile? Alter, wie meine Maske heißt. Richter und Kaiser GmbH. Ah, zum Ziel, ne, zum Atrium-Ziel, okay. Okay. Mission beendet. Das war die zweite Mission, weil die erste, zweite Mission hat ja nicht wirklich gezählt. Und wir haben es geschafft. Mein Gedanke. Mach's gut.